Die nächste Krise kommt mit Sicherheit, aber wenn man auf Unternehmen setzt, die eben mehr Kasse auf der Bilanz haben als Fremdverbindlichkeiten, ist man gut aufgestellt, egal welche Krise kommt. Herzlich willkommen beim exklusiven Funfuel Roundtable zum Thema Nebenwerte hier in Frankfurt am Main, wo wir über Nebenwerte diskutieren möchten, inwiefern sich der Turnaround hier vielleicht einstellt und wo eben auf den jeweiligen Portfolios der Fokus liegt. Unter anderem mit dabei Katharina Raths von Bärenberg. Hallo und herzlich willkommen hier in Frankfurt. Vielen Dank. Hallo Herr Habicht. Nebenwerte hatten ein schwieriges vergangenes Jahr. Jetzt mag sich der ein oder andere Investor die Frage stellen, gehören Nebenwerte überhaupt noch ins Portfolio oder sollte man dann doch lieber auf die großen Tech-Werte setzen? Das stimmt. Wichtig ist aber zu betonen, dass sich die fundamentale Entwicklung sehr stark von der Kursentwicklung bei den Nebenwerten entkoppelt hat. Das heißt, die Gewinnentwicklung der Unternehmen ist nicht so schlecht, wie man es vermuten könnte. Und das spiegelt sich wiederum in günstigen Bewertungen wieder. Wichtig ist zu betrachten, dass Nebenwerte die Innovationsträger unserer Gesellschaft sind. Und sie können einfach ein höheres Gewinnwachstum generieren. Und das höhere Gewinnwachstum wiederum spiegelt sich dann auch in höheren Mittel- bis langfristigen Renditen wieder. Aber eins ist klar, diese Outperformance von Nebenwerten gegenüber Standardwerten ist nicht linear. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Phasen, wo es Rücksetzer gab. Aber es hat sich in der Vergangenheit auch bewiesen, diese Rücksetzer dann zu nutzen, um aufzustocken, wenn man weiterhin davon überzeugt ist, dass es Innovation gibt und dass die Innovation weiterhin von den kleinen Unternehmen unserer Gesellschaft getragen wird. Und was sind die Hauptgründe, warum eben Nebenwerte vielleicht in den vergangenen ein, anderthalb Jahren nicht mit den Standardwerten mithalten konnten? Das ist meiner Meinung nach auf zwei Gründe zurückzuführen. Auf der einen Seite, dass es sehr starke Marktverwerfungen gab. Und im Sog nach unten werden Nebenwerte meist nochmals mehr abverkauft. Und der andere Punkt ist auch der gestiegenen Risiko-Aversion. Man hat Ende letzten Jahres die Rezession sehr stark diskutiert. Und damit ist dann auch die Risiko-Aversion gestiegen. Und das heißt, es gab auch Allokationen weg von Nebenwerten hin zu Standardwerten oder auch zuletzt eben in Anleihen. Die Rezession, schon angesprochen, die möglicherweise best angesagt ist, aller Zeiten weiterhin ein Investmentrisiko. Die Inflation ist hoch. Die Zinsen wahrscheinlich werden noch einen Tacken weiter steigen. Das heißt, die Krisen haben sich nicht verringert, sind eher stabil geblieben. Ist es deswegen umso wichtiger wie in Ihren Portfolios, auf die Qualität der Unternehmen zu setzen? Definitiv. Der Meinung sind wir weiterhin. Und der Fokus auf Qualität ist im aktuellen Umfeld wichtiger denn je. Auch die letzte Berichtssaison hat gezeigt, dass mehr und mehr Unternehmen unter Margendruck leiden. Das heißt, der Fokus auf Unternehmen, die einfach eine herausragende Marktstellung haben, ist wichtiger. Denn wenn man eine wichtige Position in der gesamten Wertschöpfungskette hat, hat man auch eine Preissetzungsmacht, die damit einhergeht. Und kann sich dann damit vom Rest der Unternehmen abkoppeln, weil man einfach die Margen stabil halten kann. Darüber hinaus, neben der Preissetzungsmacht, bedeutet eine hohe Qualität zu haben auch, dass man eine geringe Nettoverschuldung hat. Und damit ist man einfach gut gewappnet. Die nächste Krise kommt mit Sicherheit. Aber wenn man auf Unternehmen setzt, die eben mehr Kasse auf der Bilanz haben als Fremdverbindlichkeiten, ist man gut aufgestellt, egal welche Krise kommt. Neben der Qualität bei Ihnen auch im Portfolio ein Fokus auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen. Wo finden Sie diese Unternehmen jetzt in der zweiten Reihe? Weil klar, die großen Tech-Namen, die glorreichen Sieben, kennen die meisten, kennen wahrscheinlich alle Investoren. Aber was gibt es eben in der zweiten und dritten Reihe vielleicht für spannende Titel? Die gibt es in allen Tech-Bereichen. Also sowohl im Software- als auch im Hardware- als auch im Dienstleistungsbereich. Im Software-Bereich kennt man natürlich insbesondere die großen Vendors, Microsoft etc., die allerdings ein sehr standardisiertes Produkt anbieten. Und das wiederum eröffnet Marktnischen für kleinere Unternehmen, die einfach spezifische Anwendungen dann bedienen für spezifische Marktnischen. Das sind dann Unternehmen, die sind im Software-Bereich aufgestellt. Dann wiederum gibt es spannende Opportunitäten im Dienstleistungsbereich. Denn wenn trotzdem, wenn auch ein Unternehmen sich für diese standardisierte Software-Lösung entscheidet, muss diese angepasst und implementiert werden. Das übernehmen wiederum IT-Dienstleister. Und der dritte Bereich, der Hardware-Bereich, eröffnet auch in vielen verschiedenen Applikationen attraktive Wachstumsbereiche. Also man findet Tech-Ideen in allen drei Bereichen, auch in der zweiten Reihe. Insofern in einem Krisenumfeld durchaus der Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen, die gewisses Wachstum liefern, auch in der zweiten und dritten Reihe, sagt Katharina Ratz von Bernberg. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Danke für das Interview.